Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, ich bin André Meier vom Berghasthof Beckenberg Baude in Aibau. Wir befinden uns also in der schönen Oberlausitz. Bei uns kann man feiern, übernachten, gut essen und wir haben eine kleine Kochschule. In der biete ich Kochkurse an mit unterschiedlichen Themen. Und heute geht es mal um die Alltagsküche. Also frisch nach Feierabend schnell noch was Leckeres gekocht. Und zwar wird es heute ein offener Gemüse-Strudel. Und dazu lade ich euch ein zu meinem kleinen Kochkurs in meiner Kochschule. Das sieht so lecker aus. Das mache ich jetzt auch. Mega. Mega lecker. Das müsst ihr probieren. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de Das macht es so lecker aus. 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 Vielen Dank.